Liebe VolksTV zu sehen, ich darf Sie wieder herzlich begrüßen bei einem weiteren Volks-Talk heute wieder mal aus dem Hause Tirolis und heute mit einer sensationellen Formation und mit einer ganz, ganz wunderbaren Musikerin und zwar die Sonja von den jungen Pseidern. Ich hoffe, das spricht man so aus. Ich freue mich immer wieder, wenn man Gäste begrüßen darf aus Südtirol und ich glaube, wir haben heute zum ersten Mal die Ehre gemeinsam ein bisschen miteinander zu plaudern. Die jungen Pseidern, die müssen schon ziemlich früh begonnen haben, weil eben das Wort Junge auch mit da drin ist. Seit wann macht sie denn schon Musik? Seit zehn Jahren jetzt mittlerweile, ja. Heuer auf einmal unser zehnjähriges Bühnenjubiläum und ja. Das ist ein Wahnsinn. Das bedeutet, du hast dann ganz, ganz jung angefangen damit. Wer hat in dir diesen Weg eigentlich geebnet? Hast du das von deinen Eltern gehabt bekommen oder hat es da ganz große Vorbilder gegeben? Also von den Eltern haben wir es leider nicht. Das geht weiter zurück von der Ur-Oma und Oma. Sagen wir so, ja. Weiter zurück geht das. Tatsächlich. Und diese Art von Musik, also es ist ja dann echt die richtige Volksmusik. Das hat dann auch die Ur-Oma gespielt, beziehungsweise das war auch bei deinen Vorfahren schon. Dieser Klang, dieser Klangkörper, das war immer schon prägnant. Genau, ja. Die hat immer gejodelt auch und musiziert. Ja, da ist es schon immer aufgegangen. Ganz eine kohle Geschichte. Jetzt habe ich gehört, die Zusammenfügung von eurer Band, das war auch ganz was Besonderes. Du hast da gemeinsam mit deinem Bruder begonnen zu spielen und bei einem Musikantentreffen oder bei einem Musikantenstammtisch habt ihr dann das dritte Mitglied gewinnen können, beziehungsweise kennengelernt. War das wirklich so oder ist das ein Spaß gewesen? Nein, das stimmt ganz genauso. Also wir waren da bei Machtanerhof, bei einem Musikantenstammtisch damals, vor zehn Jahren. Und da musizieren alle Musikanten so zusammen ein bisschen. Und dann haben wir mal gesagt, ja probieren wir es, machen wir mal eine Probe oder probieren wir mal etwas. Und tun mal eine Probe und gesagt, ja das passt, dann machen wir etwas draus, gründen wir eine Band und so ist es dann gegangen. Was waren denn so die ersten Auftritte, beziehungsweise welche Veranstaltungen waren das? Was habt ihr denn alles gespielt? Hochzeiten, Firmen-Events oder was war das so? Zu allerersten Mal am Programm? Ja, als erste Woche so eine Geburtstagsfeier und danach im Sommer sind wir dann auf die Almen und so eine kleinere Festlichstunde und dann ist es losgegangen, ja. Und mittlerweile seid ihr nicht nur zu Hause sehr bekannt, sondern jeder, der sich für die Volksmusik interessiert, dem sagt auch der Name die jungen Pseire etwas. Zum Beispiel war es ja auch bei Immer Wieder Sonntags mit dabei, oder? Ganz genau, da waren wir auch schon zweimal oder dreimal zu Gast beim Stefan Rüst draußen, Immer Wieder Sonntags. Ja, das war ein tolles Erlebnis. Stoll, ja. Kennst du den Stefan dann auch ein bisschen besser persönlich? Ja, den Stefan, den haben wir gedacht, persönlicher kennenlernen und seine Freundin die Erna. Und ja, wir haben auch schon einmal eine Tournee mit ihnen gemacht. Cool. Eine Weihnachtstournee 2016 war das, glaube ich, ja. Ein ganzes Monat lang in Deutschland so jeden Tag irgendwo anders auftritt, das war echt toll. Wie schafft man das dann jeden Tag auf der Bühne zu 100% zu funktionieren? Wie geht das? Das passt schon, das kommt bald, das geht. Die Dame will einfach nichts verraten. Meine Damen und Herren, auch natürlich interessant wäre es zu hören und zu erfahren, wie du selbst euren Musikstil beschreibst. Also wie könnte man jetzt unserem Publikum euren Musikstil beschreiben? Jung, fetzig, frech? Genau, ja, ich würde sagen, so wie in unserer ersten Salbung, fetzig, jung, tirolerisch. Ich glaube, das ist ein gutes Motto von uns, ja. Apropos ZD, da kommt ja heuer auch wieder was auf uns zu, oder? Ja, da kommt was wieder, ja. Dürfen wir schon was genaueres verraten? Ja, ein Jubiläums-ZD wird es und ein paar eigene Kompositionen wieder sind dabei und es wird schon was Tolles, glaube ich, ja. Ich freue mich schon. 2010, meine Damen und Herren, hat diese Karriere begonnen. Mittlerweile seit zehn Jahren sehr erfolgreich unterwegs. Was planen wir denn für die nächsten zehn Jahre? Für die nächsten zehn Jahre? Das ist jetzt eine große Frage. Nehmen wir uns vor, gibt es Ziele, gibt es Träume? Ja, Träume soll man ja noch immer haben, glaube ich, und die sind auch hier. Ja, also Fernseauftritte sind immer toll, aber jeder einzelne Auftritt ist auch toll. Also die Leute, das braucht es, auch die Kleinere, das ist immer toll. Jeder Auftritt, jeder einzige Auftritt ist toll. Das merkt man dir und euch natürlich auch an. Jetzt kommt eine ganz gefährliche Frage, wirklich. Du bist in Südtirol zu Hause, Südtirol ist so wunderschön. Aber was hat vielleicht Österreich, was Südtirol nicht hat? So, jetzt bin ich gespannt. Das ist eine schwierige Frage, ja. Wie gesagt. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das gibt es nur in Österreich? Schwierig. Es gibt auch viele Musikanten und alles, aber die Frage ist schon schwierig. Ja, dann warten wir, vielleicht fällt dir dann später etwas ein. Ganz, ganz wichtig ist natürlich jetzt aber dieses Thema, worüber wir heute plaudern dürfen und worüber wir heute auch eine riesengroße Freude haben, dies zu präsentieren. Zum ersten Mal, es gibt das aktuelle, das neue Video. Das habt ihr gemeinsam mit VolksTV gedreht. Und allein der Titel, der verspricht schon sehr vieles. Wie heißt das Lied? Da beginnen wir jetzt einmal. Also, wie nennt sich das wirklich? Also, das Lied heißt Hauptsache Viech hat er. Und das bedeutet für unsere Zuse jetzt aus Deutschland zum Beispiel oder aus der Schweiz? Hauptsache Viech hat er. Hauptsache er hat Tiere, oder könnte man auch sagen. Das klingt wirklich lustig. Von welchen Tiere, von welchen Viechern spricht man da? Von großen Viechern oder Hauptsache irgendwas? Ja, ich glaube hauptsächlich das, was bei uns drinnen die Bauern so haben. Also schon Kühe oder Ziegen, Gasse sagt man im Saar, oder Schafe, Schafe. Das ist kalt. Ein Dialekt. Man muss diesen Dialekt einfach lieben. Ein super Lied, das wir dann gleich sehen werden. Wo habt ihr dieses Video gedreht? Bei euch zu Hause? Ganz nah bei euch zu Hause? Ja, also es sind verschiedene Szenen. Einmal sind wir auf einem Hof bei Drogen gewesen, in Gladnum. Es ist eine wunderschöne Aussicht ins Pseuertal. Dann auch direkt bei uns daheim auf dem Hof haben wir auch ein paar Szenen gerannt. Und die Ferrari-Szene und so ist drin. Bei Andreas an der Golflatsch. Also es sind eine tolle Szenen dabei. Es ist schön von Dola und Woll. Und dieser Ferrari, der steht das ganze Jahr bei dir dann zu Hause? Ja, waschieren. Waschieren. Bevor es jetzt soweit ist, eine vielleicht noch persönliche Frage. Was macht denn die Sonja, wenn es mal nichts mit der Musik zu tun haben soll? Gibt es Hobbys, gibt es Leidenschaften? Oder ist es dann einfach nur still und leise? Also wir sind ja auch nebenher beruflich auch. Alle drei. Also der David Maurer, der Andreas Tischler und ich Verkäuferin. Mag dich. Ja. Und ja, es ist nebenher halt Proben und kreativ sein mit der Musik halt. Und beruflich auch noch tätig, ja. Bleibt für anderswertige Sachen. Wahrscheinlich gar keine Zeit mehr. Ich sage jetzt schon Dankeschön für das wundervolle Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns gleich mal wieder. Bleibt schön gesund. Ganz, ganz liebe Grüße an deine zwei Kollegen. Und jetzt könnten wir gemeinsam noch ein bisschen Werbung für diesen wundervollen Hit machen. Ich bin mir ziemlich sicher, der wird bei VolksTV explodieren. Hauptsache Viech hat er. Wem wollen wir da jetzt ganz speziell grüßen? Nicht nur eure Fans, sondern vielleicht auch alle Bauern auf dieser Welt? Ganz genau. Ich werde alle Bauern mal in Südtirol besonders grüßen und alle anderen auch auf der Welt. Macht es weiter so. Dann machen wir das. Meine Damen und Herren, die Antwort auf die eine Frage, die bekommen wir beim nächsten Interview. Das hat sie mir jetzt so eben versprochen. Jetzt musst du ja sagen. Ja. Alles klar. Ich sage danke, dass Sie eingeschalten haben. Sonja, danke fürs Gespräch. Kommt wieder gut nach Hause. Und somit gibt es jetzt diese Hymne. Hauptsache Viech hat er. Viel Spaß, gute Unterhaltung. Und bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Wiederschauen. Vielen Dank.